Yo Leute, ich bin Silverfreeze und willkommen mittlerweile schon zur achten Folge Hello Neighbor. Letzte Folge hatten wir ja diesen Magneten bekommen und dieses Brecheisen und ich weiß immer noch nicht was das ist. Und am heutigen Tag wollte ich nochmal paar Kombinationen ausprobieren mit dem Kabel und so. Und wenn das nicht klappt, möchte ich nochmal wieder das mit dem Magneten probieren, also zum Hinteringang gehen. Versuchen was zu bekommen. So, wir gehen jetzt wieder in sein Haus. Schnell hoch. Denn ich hatte das ja auch in der letzten Folge hier aufgeschlossen. So, ich wollte jetzt den Schalter anlassen, den hier nach unten, also beziehungsweise nach oben und den Strom ausmachen. Weil in der letzten Folge hatte ich sehr wenig mit dem Strom gemacht. Weil vielleicht hat der Strom ja damit was zu tun. Zack und ausschalten. Und? Nee, da passiert auf jeden Fall nix. Geht irgendwas vielleicht mit dem Magneten? Oder ich soll von dem Dach aus auf diese Antenne springen? Keine Ahnung. Nein, er hat mich gesehen. Haus hier. Hm. Wozu eigentlich die Brecheisen? Was passiert eigentlich, wenn ich dich ausschalte? Oh. Den Ventilator anmache. Geht der an? Nee, nee. Anscheinend ist das die Stromversorgung für den Ventilator. Ich schalte einfach den Ventilator aus. Oh nein. Der ist in der Nähe. Also hier passiert nix. Wo fände ich den Strom? Er macht ihn immer wieder an. Was passiert denn? Warte, wir gehen mal aufs Dach. Werfen das Fenster ein. Nein. Wow. Wie kamst du von da? Hä? Das ist doch abgeschlossen. Oh, ausgetrickst. Und jetzt? Hier raus. Oh nein, da ist das Brecheisen noch. Da oben ist noch das Brecheisen. Aber ich hab ihn grad richtig krass ausgetrickst, Alter. Jetzt weiß ich, dass mein Nachbar ein Lappen ist. Jo, der ist da oben. Warte, ich wirf ihn mal ab. Womit denn? Okay, der ist oben. Aber ich muss auch nach oben. Wie ist der denn von da oben gekommen? Wow. Oh, shit. Okay. Kannst mich noch mehr erschrecken. Der geht jetzt in seinen Garten. Okay. Geh da ruhig hin. Ich geh hoch. Hier ist das Brecheisen. Perfekt. Ich probier mal, auf diese Antenne zu springen. Hä? Okay. Und? Ah ne, das Ding ist ja noch unten. Warte, ich muss es wieder anmachen. Ich mach's wieder an. Geh aufs Dach. Und... Bitte, es soll klappen. Nein! Oh. Es hat aber fast funktioniert. Ich mach's noch paar Mal. Loy, was ist überhaupt das? Ich versuch's mal einzuwerfen. Oh nein. Ich hab' Angst, das Brecheisen zu verlieren. Egal. No risk, no fun. Shit. Ich mach das irgendwann später, wenn das nicht klappt. Okay, ich lass' den Schlüssel auch hier. Weil das ist nur sein Autoschlüssel, oder? Nimm' den Müllsack mit. Wow! Okay, okay. Ich renne schnell hoch. Und... ...werf dieses Fenster ein. Zack. Ne, das klappt nicht. Yo! Und... Shit. Dann werfe ich es eben da mit ein. Oh nein. Da ist es okay. Okay, das liegt da unten. Komm, noch ein Versuch. Wie soll es denn sonst klappen? Der dehnt sich da. Oh nein. Warte, ich geh' schnell in sein Haus. Also hier hat der nix, oder? Was ist denn das? Oh nein, der kommt zurück. Hier ist ein Rasenmäher. Ich schalte den Schlüssel wieder an. Also da oben steht auf jeden Fall ne Schaufel. Mit dem Magneten kann ich sie auch nicht holen. Wie komm' ich denn da hoch? Ich hab' keinen Plan. Ich versuch' jetzt irgendwie zu hacken, indem ich von hier aus da rauf springe. Und zack. Ne. Ich muss im perfekten Zeitpunkt springen. Und noch mal. Nochmal. Ah, shit. Und noch mal. Nein! Ich war drauf. Oh nein. Egal. Nochmal, Jungs. Packen wir. Und? Oh. Boah, ich bin so nervös grad. Egal. Wir packen das. Nein! Egal, ich mach's nochmal. Oh nein. Und. Go! Ah, shit. Egal, nochmal. Och, Leute. Und! Wie hatte ich das geschafft? Ja, schade. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Okay, Leute. Ich würd' sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich das geschafft hab' oder wenn ich das nicht geschafft hab'. So, ich hab' jetzt zwei Kartons aufgestellt. Vielleicht klappt das hier. Nein! Aber das klappt. LOL! Er hat da ne Holzwand drin gebaut. Junge, der wird immer schlauer. Und? Ach, shit. Ja! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Nice! Ich bin drin! Hier ist der Schlüssel! Hier ist der Schlüssel! Ich hab' den Schlüssel! Dich tun wir kurz weg. Na, ich sieh's jetzt auch offen. Gut, damit würde ich sagen, das war's mit der Folge von Hello Neighbor! Lasst auf jeden Fall ein Like denn, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und hab' noch einen schönen Tag! Ciao! I'm coming closer! I'm coming closer! I'm coming closer! I'm coming closer! Vielen Dank.